Unternehmen befinden sich permanent in Veränderungsprozessen. Die besondere Herausforderung liegt dabei nicht allein in der Anpassung der Organisation, sondern in der Entwicklung der Menschen. Kurz zur Metaebene. Strukturen werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erdacht. Die handelnden Personen müssen aber auf die Umsetzung vorbereitet und dabei begleitet werden. Es gibt also zwei parallele Prozesse. Uns geht es um die Menschen in der Organisation. Vier grundlegende Betrachtungsweisen sind essentiell. Erstens, ein gemeinsames Verständnis der Situation und die Definition der betrieblichen Ziele. Zweitens, eine Standortbestimmung zur Entwicklung der Perspektive des Einzelnen und der Organisation. Drittens, eine auf die Personen- und das System bezogene Interventionsplanung. Viertens, ein sympathisches und fachlich hochqualifiziertes Berater- und Trainerteam. Nehmen wir ein Beispiel. Die Firma X hat unter veränderten Marktbedingungen mehrere Probleme. Das Geschäft stagniert. Wichtige Schlüsselstellen sind nicht optimal besetzt. Führungs- und Fachkräfte scheinen überfordert. Motivation und Innovation sind stark gebremst. Die Geschäftsleitung hat bereits einen Plan zur Umstrukturierung entworfen. Step 1 Die Berater Stefan Müller, Personalperspektiven und Jürg Jansen, Faszinatur, durchleuchten die derzeitige Organisation, ihre Entwicklung, was sich warum ändern soll und grenzen dabei das Problem ein. Step 2 Die Veränderung beginnt hier bei jedem Einzelnen. Von der Geschäftsleitung bis zur Teamleiterebene werden individuelle Potenzialanalysen durchgeführt. Die Summe der Auswertung zeigt ein interessantes Bild, abweichend von der Wahrnehmung des Auftraggebers. Step 3 Hier setzt der feinstoffliche Veränderungsprozess an. Dazu braucht es eine extrem offene, vertrauensvolle Atmosphäre. Deshalb werden die geplanten Maßnahmen in ein atypisches Trainings- und Kommunikationskonzept eingebunden. Die Methode des Erfahrungslernens wirkt dabei wie ein Wunderelixier. Eine abgeschiedene Berghütte dient dem erweiterten Führungskreis zur Neudefinition der Führungsleitlinien. Schon der Weg zur Hütte wird zum Lernbaustein, um Führung erlebbar und sichtbar zu machen. Die Hürde für eine offene Rückmeldekultur wird mühelos genommen. Teamgeist macht sich breit. Die anstehenden Veränderungen werden in einem Maßnahmenpaket in den folgenden 18 Monaten umgesetzt. Die entscheidende Rolle kommt dem Teamgeist zu, der durch Erfahrungslernen beflügelt wird. Individuelles Coaching wird parallel durchgeführt. Step 4 Unsere Berater und Trainer sind wertvolle Begleiter und helfen die Brücken zwischen Geschäftsleitung, Bereichen und Mitarbeitern zu bauen. Der Erfolg des Entwicklungsprozesses liegt nicht mehr nur in seiner Logik, sondern im individuellen und kollektiven Erkenntnisprozess. Die Quintessenz Wir fassen die Menschen ganz persönlich an. Wir sorgen für ein atypisches, natürliches Lern- und Veränderungsklima. Wir schaffen auf natürliche Weise Vertrauen und Offenheit. Die inhaltlichen Prozesse, wie Schlüsselpositionen definieren, Personen richtig einsetzen, Führung neu lernen, Feedbackkultur einführen und viel mehr, werden in diesem Kontext effizient und fruchtbar. Die inhaltliche Prozesse, wie Schlüsselpositionen definiert wurde. Die inhaltliche Prozesse, wie Schlüsselpositionen definiert wurde. Die inhaltliche Prozesse, wie Schlüsselpositionen definiert wurde.